So Leute, und zwar haben einige von uns das Problem, heute habe ich das auch Problem gehabt, wir kommen nicht mehr rein und zwar kommt jedes Mal, wenn ich someone else war öffne, ich habe es jetzt ja gemacht, deswegen kann ich es euch nicht mehr zeigen, und zwar, was ich alles gemacht habe, ist erstmal gewesen, in den Einstellungen, gehen wir jetzt erstmal, als allererstes, gehen wir hier auf Anwendungsmanager, gehen danach auf Summoners War, wo ist das, wo ist das hier, Summoners War, und jetzt, Leute, tut ihr Cage leeren, okay, danach tut ihr Daten löschen, stoppen, bezwingen, und den installieren, danach tut ihr Summoners War neu installieren, ähm, Handy neu starten, okay, nachdem ihr Handy neu gestaltet habt, geht ihr auf Playstore, nicht über das Spiel reingehen, sondern auf Playstore, ihr gebt dann hier Summoners War an, Summoners War, so, dann kommt ihr hier so, dann seht ihr es direkt, also bei mir, ich weiß nicht, vielleicht klappt es, vielleicht nicht, bei mir war es halt eben so, dass ich das nicht so gemacht habe, und zwar, ich habe bei mir erst nur Summoners eingegeben, glaube ich, genau hier das, und dann kam hier bei mir Aktualisieren, da habe ich hier drauf geklickt, und auf Aktualisieren, somit habe ich es aktualisiert, ich, also, nach all den Schritten, kann es auch vielleicht sein, dass man direkt hier drauf klicken kann, und dann hier auch dieses Aktualisieren drin steht, was bei mir aber nicht der Fall war, weil ich das probiert habe, hier stand Aktualisieren, habe drauf geklickt, und dann war das Aktualisieren weg, ja, deshalb einfach, wie gesagt, die Schritte befolgen, und das Problem sollte gelöst sein, ja, das war es dann auch schon, Dankeschön für das Zuschauen, und, falls es euch hilfreich war, dann einen Daumen hoch, Tschüss.